Da ist irgendein, da kann ich euch das am besten sagen. Kleine Maßnahme, das Kugelschrittszeug bringt nichts. Das Kugelschrittszeug bringt nichts. Ich hab jetzt 5 Granaten geworfen und den Scheißsatz hier und hab keine einzige mehr zurückgekommen. Und ich weiß nicht, wenn man die werft. Irgendwo mal am Schluss hab ich keine einzige Granate mehr. Da ist mir dieses Perk dann wieder. Das Kugelschrittszeug bringt nichts mehr, wenn du keine Granate mehr hast. Das stimmt aber nicht, das stimmt. Weil die sagen ja, du musst halt... Oh, Fettsack, wo kommt denn der auf einmal her? Ich hab eine bekommen grad. Alter, darum ging ich nicht gestorben. Ich hab ja noch viel lange nachgekommen. Mhm. Ich konnte grad ewig gefackelt werden. Ey, you... Wirftetetetwitch. Ich seh gar nichts, man. Ich bin grad hier. Mal verwirrt. Ich sag mal noch ein Verhältnis. Was hast du, als ob ich für einen Mod geholt werde? Äh, was? Ich hab grad meine Augen gerieben. Ja. Du hast mich nicht gehört? Ja, ich hab mein Headset ausgezogen, damit ich meine Brille ausziehen kann. Damit ich mir die Augen reiben kann. So, jetzt weißt du es. Ja, ich hab's ja grad erklärt, ne? Welchen Mods? Äh, b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b. Welchen Mods ich drin hab? Nein, welchen du die gekauft hast vor allem jetzt? Ausdauer oder... Äh, gar keinen. Ich konnte mir keinen leisten. Hahahaha. Ohne Witz. Ich bin zu arm. Okay. Du brauchst doch nur ein paar Verhältnisse. Das tut mir leid. Ich bin bei 130.000 von wo wir angefangen haben, war ich bei 360.000. Ich hab mir die Mod gekauft. Eine, eine, eine hätte ich mir kaufen können jetzt, ja. Das sind halt die Behältnisse, die machen's aus, weißt? Ich hab mir alle drei Mods gekauft. Ich hab mir jetzt grad eben auch die Mod gekauft und ich hab jetzt immer noch 120.000 übrig. Und ich hab mir die Blaupause für die M1 gekauft. Bei 250.000 Ohne. Warum die M1? Die 4 Sachen. Und für die... ...m1 wenn jetzt die Slater durchdraht. Okay. Wenn du... Hi, woher hab ich die zwei Granaten? Ich hab mich hier angeschaut! Wenn manche Leute noch nicht fallen. Aha. Aha, also dann, gucken wir uns mal auf, es ist wieder mehr draus. Immer wieder Level, man. Es fehlen immer noch 30.000 Punkte oder mehr. Oh, das ist nachkämpfen. Hallo. Ja man, wie er mir in eine Mod fallen lässt. Alter, das ist ein 32er in Gold. Wow, der geht aber nicht so. Kommt nicht mehr auf einmal hin, du musst kurz was löschen. Schade. Schade. Alter, ich fang nicht mehr. Da war ich wohl ein bisschen zu schnell. Na ja, kann passieren. Ähm, weil... ...ich die Rüste nicht so leicht rauskrieg und weil ich fast kein Geld mehr hab. Ja, da brauchen wir halt auch Zeug verkaufen. Das kommt aufs gleiche raus. Dark Sound, Farmen, Verkaufen. Weil hier kriegst du einfach am schnellsten Zeug zusammen. Irgendwas hab ich das hier noch mit. Oh, die Jungs, ich markier jetzt mal dann den Ausgang. Also Meck ist halt nicht. Best Gear in the City. Check it out. Ah, ne! Genau, sehe ich auch so. Ja, Pugger! Ja, ich auch. Ähm... Das ist alles... Ja, okay. Okay, 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 okay. Oh, man! Mmh! Okay, ich probier was. Ich probier was. Was soll's, dann hau ich halt mein letztes Geld raus. Mal sehen, ob's klappt. Ba, 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 bap, kap. U wait up here, ba, ba, da, ba, schad. Was...? Nein, verdammt, schitte... Und Physics. Was ist das? Oh, ich bin zu langsamer. Aaaaaah! Du magst es. ich muss noch einen umändern 9000 Oh, vier mit Predis-Goss und zwei Fifano-Math-Nämer macht 300.000 Zelligkeits. Ja, man hat ja gesagt. Jo, ich hab auch 310.000, das lass ich so. Das ist schön. Und 17.000 Fähigkeitsstärke. Leider hat meine SPS etwas gelitten, aber fuck off. Ja, man, und ich hab auch 1.000 Fehligkeiten und 100.000 mehr als ich könnte. Nene, 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 nene. Naja, ist ja gut. Ist ja gut. Und, aber dafür habe ich 31.000 Fehligkeiten-Points. Ah, ah, ah. Mhm. Und meine SPS-AG hochgeschraubt durch meinen Kredi. Mit der SPS-AG geht's richtig ab. Den Fetzag habe ich, äh, wieviel? 385.000 Blutschaden gemacht. 385.000 Blutschaden gemacht. Aber, Kollege, ich hab... Gar, wieviel Zähigkeit du hast. Ich hab... Jetzt fass mal auf. Ähm... 27% Schutz vor Elite. Boom! So schaut es nämlich aus. Das sind die Gelben. Also darfst du nochmal auf 30% auf meine Zähigkeit dazurechnen. Ja, ohne Schutz vor Elite. Es gibt 95% normale Leute und einen Eliten. Und die 95% mursten nicht gleich um. Die Elite sind doch die ganzen Gelben, dachte ich. Nein, der mit Namen. Nur der mit Namen? Schutz vor Elite ist nur mit Namen. Ja, ich dachte Elite sind die Goldenen einfach, alle Goldenen. Ne? Ja, also, dann passt es ja. Das ist okay, dann passt es. Ja. So, wenn dem so ist, dann passt es. Dann ist das okay. Okay, dann habe ich auch 400.000 Zähigkeit. Ja, ohne Scheiß ist es wirklich Schutz vor Elite. Alle Gelben machen wir weniger Schaden. Ja, ich dachte schon. Ja. Ach, du heilige Scheiße. Ja. 27% gut. Mehr Schutz. Weil die Lilanen sind eh kackegal. Egal. So. Egal. Ich mache aus. Das ändert nichts daran, dass du trotzdem noch 50.000 SPS hast. Aber was sollst. Und jetzt haltet euch fest, ich habe noch 58.000 Credits übrig am Schluss. Alles ausgegeben zum Umbasteln. Ich könnte aber auch eine finale Maßnahme alles da reinmachen. Da habe ich auch. Da haben auch die 15% drin. Ja, Mann. Da habe ich drei davon. Ja, Mann. Yo, ich bin dann eh gleich weg. Also, wir werden uns nicht mehr hören. Hau rein. Bis zum nächsten Mal. Yo, sehe ich auch. So, ja. So. Ich hier zur Schlauchten. Ich auch. Meine veröffentlichte Schlüssel. Geil. Ja, Mann. Wir gehen später Meckes. Und, ja. Vielleicht sehen wir uns ja noch morgen wieder mal schauen, ne? Wenn du früh genug aufstehst oder so. Ich wäre schon bereit für ein Röntgen. Lass mich. Hallo. Ich habe... Nein, Mann. Dafür muss ich rein. Das ist kacke. Ich will einfach im Auto sitzen bleiben. Genau. So schaut es aus. Egal, Leute. Wir sehen uns demnächst. Äh, ja. Bis denn dann. Und ich sage jedes Mal bis bald.